Hallo, ich hätte gern drei Wochen Krankenschein, bitte. Was? Warum denn nur drei Wochen Krankenschein? Dann müsste er gefühlt morgen wiederkommen. Machen wir einfach fünfeinhalb Wochen, da fallen sie gerade so noch nicht ins Krankengeld. Oh wow, super, dankeschön. Was ist das denn? Und warum ist das denn? Wer klingelt denn jetzt? Alter, wir haben halb sieben, wer klopft denn um die Uhrzeit? Ja, ich komm ja schon. Guten Tag, Junge. Was machst du hier? Ich dachte, ich komm dich besuchen, wir essen zusammen Mittag, Junge. Was? Wir haben halb sieben. Ja, sorry, ich bin spät dran. Spät dran? Ja, ich hätte auch die Schlüssel nehmen können, aber da hätte ich wieder gefragt, woher ich den hab. Was? Warum hast du den Schlüssel? Das ist mir zu privat. Komm rein, Junge, und zieh die Schuhe aus. Was? Ich wohne doch hier. So, Junge, willst du was trinken? Und setz dich ruhig. Nein, alles gut. Ich sag dir setzen. Ja. Junge, wo ist dein Kaffee? In der untersten Schublade, da sind zwei Tabs. Wie, nur zwei Tabs? Ja, ich trinke nicht so viel. Ach, zum Glück hab ich meine eigene dabei. Hä, will du es doch einfach mal... Aha. Junge, ist deine Mutter eigentlich auch da? Ja. Auch was, ehrlich? Ja, die wohnt hier auch. Ich auch bald. Was? Nichts, alles gut. Hallo? Was ist denn hier los? Ah, hallo. Ihr Junge hat gefragt, ob ich nicht vorbeikommen möchte. Ja, dann bin ich vorbeigekommen. Was redest du damit? Kerstin, das ist respektlos. Man lässt die Leute aussprechen. Ja, dann dachte ich mir auch, ich kann direkt eine Kaffeemaschine mitbringen. Oh, wow, ist das die von Bosch? Genau die. Oh mein Gott, was? Ich liebe die. Guck mal, wie schön. Ja, gucken Sie mal hier. Ihr könnt auch auf den Knopf drücken. Du kannst mich ruhig duzen. Oh ja, gerne. Schöne Haare. Oh, danke. Ich bin wie die Kaffeemaschine. Kurz vor dem Auslaufen. Findet ihr nicht, dass wir drei nicht super zusammenpassen? Oh doch, du kannst auch ruhig hierbleiben. Wir drei gegen den Rest der Welt. Hey Liebling, guck mal da die Giraffen. Oh, wow, das sind genauso Partnertiere wie wir. Ha, ist das geil. Oh, guck mal, da können wir Fotos machen. Lass uns die im Moment doch festhalten. Ha, geil. Oh Mann, warum? Ja, Mann, das wird ein brutales Bild.